Die Firma Motorwerk in Steckborn ist offizieller Vertreter der Elektro-Bike-Marke von Neox. Wir stellen dir hier das Elektro-Bike Neox City mit 28 Zoll Bereifung vor. Das City ist für alle Bereiche geeignet. Mit der 28 Zoll Bereifung ist es extrem lautruig. Eine phänomenale Optik macht es zum Hingucken. Das Neox hat vorne und hinten Licht und Schutzkleber. Eine gefeterte Gabel und hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten. Das City hat einen 500 Watt Lithium-Ionen-Akku, der im Rahmen befestigt ist. Zum Laden kann man diesen entfernen. Der Antrieb ist das sequenzielle 80-Gang-Getriebe und viel mit vier elektrischen Unterstützungsstufen. Ein Komfort-Supple und ein Gepäckträger sind jedenfalls von hier. Das Hinterrad wird mit einer Zentralmutter auf der Einnahmeslinie befestigt. Das funktioniert ganz einfach. Ein PIN-Code schickt das Neox-Vergift an. Kau dir jetzt ein Neox unter www.motorwerk.ch Kau dir jetzt ein Neox-Vergift an.